Hallo, hier, mein Ticket. Dankeschön. Guten Tag, Sie wollen geste... Ciao. Mahlzeit, vielen Dank. Hallo, hier ist mein Ticket. Danke sehr. Solü, ich würde gerne ein Ticket kaufen. Sehr freundlich. Hallo, mein Ticket. Danke sehr. Hallo, hier ist... Dankeschön. Lützi, hier ist... Dankeschön. Mahl, danke, auf geht's. Solü, Franzi und auf geht's. Salut. Hoi. Mahlzeit, danke schön. Hallo und herzlich willkommen. Das ist geht's. Danke schön. Oh-oh-oh. Danke. 還有 jetzt. Oh-oh-oh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sollte euer Akku zu nahe gehen, gibt es eben. Viele unserer Sätze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrtübung nutzen. Wenn man auch gleich mobil rufen wollt, holt euch einfach unsere an und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Auf xbox.de stehen täglich brandaktuell alle Rufos und Steckverbindungen für euch bereit. Natürlich freuen wir unseren Service. Für Feedback zu eurer Fahrt, nutz bitte den Frageboden, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Hello and welcome to Flixbus. We're glad to have you on board and that we can get you to your favorite destination today. Before we set off, we would like to share some information about the journey. The wearing of seatbelts is compulsory on board the bus. Therefore, please keep your seatbelts fastened throughout the entire journey. In the seatbelts in front of you, you will find our information card containing further safety instructions and details of our snacks and beverages. There's a restroom located in the gray boarding area. If you would like to go to the internet free of charge, simply log on to our own mobile phone network. If your battery runs out, no problem. Many of our seats are equipped with power outlets which are marked accordingly. If you would like to book your next journey while we're on the road, simply download our app onto your smartphone so you can take advantage of our many exclusive online discounts. For more information, simply visit Flixbus.com or get in touch with us on Facebook. Of course, we're always striving to improve our service. Please use the questionnaire we send you by email to give us feedback about your journey. You can also use it to share your suggestions, ideas and requests. We are always ready to assist. And now, we can finally set off. Thank you for listening. We hope you have a relaxing journey and enjoy traveling with Flixbus. We'll see you next time. We'll see you next time. We'll see you next time. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020